Beachtet nicht meine rote Nase. Okay, hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ihr seht es, es geht jetzt um die Roomtour, was sich das ja schon einige Leute von euch gewünscht haben. Und es hat sich auch eine Person wieder die Sache mit Musik gewünscht. Und da ich sowieso normale Roomtours hasse, weil die ungefähr immer so aussehen. Ja, also hier kommt man halt so... Warte mal, schau... Hier kommt man halt zur Tür rein, da sind meine Schuhe. Ich habe hier einmal Sportschuhe und hier ein Fahrrad und da hängen halt meine Jacken. Hier ist dann das Wohnzimmer und da steht ein Fernseher, nicht meiner. Das ist ein Fernseher, der war schon in der Wohnung drin. Das einzige, was da mir gehört, ist die Playstation. Die habe ich von zu Hause mitgenommen. Habe ich mir gedacht, ich mache jetzt eine Roomtour im Stil von die Sache mit Musik. Dann würde ich sagen, wir reden nicht weiterhin rum und fangen an. Ach ja, die Lieder sind unten in der Videobeschreibung gelistet und der Link zu meiner Spotify Playlist ist dort auch. Also viel Spaß, tschüss. Was, hallo? Du und ich, wir sind wie Feuerwerks und symphonies explodieren in den Skies. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 I stay for a long time, cause I like me better when, I like me better when I'm with you. Okay, Leute, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn nicht, dann tut es mir leid. Gib mir auch einen Daumen hoch. Äh... Wir sehen uns im nächsten Video. Okay, tschüss. War ich jetzt überhaupt scharf? Ich glaube nicht. Ich bin ein Daumen hoch. Das war's mit dem Video. Das war's mit dem Video. Das war's mit dem Video.